Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Klack! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 GFG, hast du noch ein Kissen, Sane? Topfmust ist bei uns! Klack! Na ja, wie schaut's denn da schon wieder aus? So ist da in der Karwoche ein Fleisch! Wieso nicht? Das ist ein Fehler! Wieso? Ja, das hat einen Sinn, verstehst du? In der Karwoche ist ja kein Fleisch! Da ist ja ein Spinat! Ja, am Gründonnerstag, da ist ja ein Spinat! Ich weiß nicht, dass wir uns nicht mehr zahlen können! Hast du noch die Zähne gesehen? Nein! Hast du noch die Zähne gesehen? Nein! Hast du nicht der? Hast du nicht, wo der ist? Nein! Der spielt ja! Nicht, woher der spielt! Ich hab dir einen Brief gekriegt. Einen Brief? Ja. Les einmal. Ich möchte wissen, was du davon holst. Ich? Ja. Die müssen doch schon was zahlen. Ja. Na, bist du deppert? Die müssen zahlen. Ich hab da einen Brief gekriegt. Les einmal. Hä? Hä? Das ist ja super. Hä? Soll ich das machen? Nein, das sollst du nicht machen. Hä? Na, bist du blöd? Wieso? Ja. Das sollst du nicht machen? Ja. Das sollst du stehen. Schick mal wieder. Ja, wasch gut. Wieder Schönenbrunn? Nein, Schönenbrunn. Schönenbrunn? Nein, Schönenbrunn. 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 Ach, Schönenbrunn. Ja, ich hab da was in Schönenbrunn. Ich hab da was in Schönenbrunn. Ja, ich hab da was in Schönenbrunn. Ja, ich hab da was in Schönenbrunn. Der Alfred, der große Alfred. Ja, Alfred, auch die. Die gibt es eigentlich gar nicht. Du bist gar nicht da. Ich bin nicht da. Wenn ich nicht will. Wo bin ich dann? Die gibt es eigentlich nur, weil ich das so will. Versteht? Und überhaupt alles, was du tust. Tust du nur und nur, weil ich das so will. Und wenn ich nicht will, Alfred. Dann hörst du auf zu tun. Verstehst du das, Alfred? Dann tun wir nicht mehr tun. Nicht mehr tun. Dann tun wir. Dann tun wir das. Dann tun wir die Welt, Alfred. Dann tun wir die Welt, und wir haben eine Rolle. Dann tun wir die Welt. Nächstes Kaffee? Na, macht's ein Kahn. Untertitelung des ZDF, 2020